Vor allem jetzt mittlerweile von Plastik-Gegenständen festhalten. Nee, du meinst den Arsch mit Organen? Okay, morgen wird's regnen auf der Insel, aber heute war Wetter ja gut. Oh, die Geister sind heute sehr glücklich. Wenn wir mal das machen, weil wenn's regnet, können wir eventuell die anderen auf... Ach nee, das ist ja egal, wir können ja noch nicht überall hin. Ja. Ja, manches Mal sollte man auf das hören, was Niki sagt. Okay. Auch wenn es sich meistens herausstellt, es war keine so gute Idee, aber... Es war eine Idee. Aber hin und wieder hat er absolut recht. Das ist wohl wahr, das bestreitet man ja auch gar nicht. Na, Shani, heute mit? Ja! Hipp, schnapp, Wolle ab! Es lagst du, wenn die Wolle ist. Ja. Denn, äh, sind wir alle beruhigt. Und! Na ja, dann mal auf zum Bötchen, ne? Können sie auch mal ein bisschen angenehmer machen. Na ja, dafür kannst du ja für exorbitant viel Geld diese Teleporter kaufen. Oder selbst verstellen. Ja, ich mein diesen Dauerteleporter beim Zauberer. Achso, ja stimmt, das der. Gottesslachs. Muss ich gerade ausnutzen, weil es hier blubbert. Na dann. Ach, hier krebst du in die Krabbe rum. Noch ein gottesslachsi, cool. Oh, mein ist der schwerfällig. Das ist ein fetter Fisch. Ach du, Schwarzbarsch. Oh, jetzt funkelt er aber diesmal lange dort. Ne, so lange wollte ich jetzt nicht. Ich werde da drüben noch was besehen. Ja, sonst brauchen wir nicht mehr rüber. Nö. Hast du auch die Gießkanne mit? Ja. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Nein. Ich kann doch nicht überspielen. Ja. Wollen wir dem erstmal die Dinge geben? Kann man die jetzt ziehen? Ja. Ja, dann gib mal. 11 haben wir sogar. Ah, Walnüsse. Filzbröte auf weg. Ja. Boah. Alter. Das ist ja voll die Vögel. Ei. Wie freundlich. Voller, die Waldfee. Boah, der wird 20. Ja. Anscheinend kann man hier auch anbauen. Was ist das denn? Wieder Ingmar. Gießmuscheln kommen da raus. Hä? Hey, da habe ich jemanden. Wer bist denn du? Oh, ein Besucher. Komm näher, Kind. Ich hatte seit vielen Monaten keinen Besucher. Ähm, ich bin vergeben. Glücklich. Ich habe fast vergessen, wie andere Leute aussehen. Ich schicke den Niki vorbei. Was ist denn davon? Oder Shadow Pain, der ist auch noch Single. Nun, da du jetzt hier bist, kann ich dich wohl auch um eingefallen bitten. Und nein, Shadow. Die Hand zählt nicht als Partnerin. Ist sicher? Nein, nein, ich glaube ich muss mitgehen. Nein. Hast du das Schiffswrack an der Südküste gesehen? Nö. Mein Mann war der Kapitän. Er war ein Pirat. Er stach eines Tages in den See und kehrte nie zurück. Ich brauchte drei Jahre auf hoher See, um seine Überreste zu finden. Ach du schon. So öfter. Seitdem bin ich hier. Ich bewache seine Knochen. Ja super. Ich bin in Panik. Mein Kind, wenn ich nur ein Andenken an ihn finden könnte, würde mir das endlich Frieden bringen. Warte, hier. Jetzt flüchten. Jetzt kannst du noch laufen. Hier, nimm das. Es ist ein altes Foto, das ans Ufer gespürt wurde. Es ist alles, was ich zu bieten habe. Aber irgendwie denke ich, es wird dir helfen, das zu finden, was ich suche. Kriegsdenkmal. Kann ich mir das Bild nochmal angucken? Nö. Sehr gut. Ist hier jetzt auch nicht, ne? Nee, ich hab auch mal eine goldene Nuss hier gefunden. Was hat ihr denn süßes? Tigerschleime. Och wie süß. Ich glaube, ich rotte hier gerade eine Familie aus. Zwergenschriftrolle Stufe 3. Oh, guck mal an. Was ist denn, ne? Hey, der hat mir Walnuss fallen lassen. Cool. So, mal guck mal. Sie hören eine seltsame Stimme hinter der Tür. Dioskuchen, wie er lacht. Nur die höchsten Walnussjäger dürfen hier eintreten. Und ein aktueller Status von 15 von 100. Jo. Alles klar. Okay. Oh. Hm. Der will 10 haben. Das lachen wir aber ein bisschen zu hoch. Entschuldige. Ich geh jetzt rein. Warum komm ich nicht vor, wie zu oder rückwärts? Ich bin hier gerade voll fest. Ah, jetzt bin ich rausgekommen. Und wie kann ich denn nicht weiter geradeaus? Keine Ahnung. Jetzt so. So häng ich jetzt fest. Ja. Hey. Oh. Bist du durchgekommen? Ne, ich bin unten wieder raus. Ich bin von mir nicht wohl. Ah, okay. Yes. Erstmal so gucken. Hast du die gerade gefunden? Nein. Wo war ich denn? Ah. Jetzt seh ich sie. Ah. Oh. Hier oben. Hier hab ich gerade gefunden. Ah. 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 Aber dadurch, dass ich Licht produziere. Wollte ich das sehen. Hm. Sehr schick. Hm. Das ist eine Höhle. Oh, ich bin da. Wuhh. Hm. Jo. Ich kann hier sogar Licht anmachen. Hä? Nochmal. Hat da gerade nicht hingeguckt. Wow! Also eins, zwei. Okay. What? Blau, hoot, gelb? I don't know. I don't know if I forget. I don't know what happened. I think. Okay. Okay. Wir müssen jetzt rüber. Alter! Kruss! Das ist hart. Also noch schneller geht das dann nicht, ne? Krass, du scheiße! Mhm. 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 Die ist echt, äh, schnell. Mhm. Komm mal, jetzt gibt mir nur eine Käse da. Und Vierge, dann gibt es noch eine Käse. Ja, ich bin jetzt noch die Käse. Ja. Ich bin jetzt noch einig. Ja. 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 Ich bin jetzt noch einig. Ja. Ich bin jetzt noch einig. Ja. Ich bin jetzt noch einig. er hat sich doch schon wieder wir brauchen ja glaube ich nur eine millionen für 10 hier ist bier fertig frisch gebraut frisch gebraut und abgezopft alles mit handarbeit schnippschnapp 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 ja aber nur die wolle ok meine jüte warte mal kopfen ist doch jeden tag fertig das kann gut sein blaubeeren auch diese alkoholiker hier im spiel und zucker junkies hier die einmachgläser sind auch wieder fertig ja ich sammle ja gerade neu mein auch mal ab schnippschnippschnapp ist da rein wo sind die guckenscheibe hin die gehöre meine ahnung ich glaube vier jahre ist heute ziemlich fertig mit der welt durch die arbeit das kann man ja auch irgendwo ein bisschen verstehen da wollte ich gar nicht hin da ist der hosen scheiße weil ein penny sagt dass ich dieses buch lesen muss bevor ich draußen spielen darf und zu heurals auf namen hattest du jetzt die gießkanne benutzt nee wir waren doch da an der seite die gießkanne musst du da im dungeon unten benutzen willst du wieder rüber? hm warum nicht war eine sehr anstrengende woche ja vor allem musst du es mich auch noch ertragen das macht sie aber immer freiwillig ich bin wieder Pferdchen geht schneller ich warte drüben auf dich ja mach nur weil ich kann nie überspringen ja ok alles gut Schatz jedenfalls nicht so wie du manchmal ist es von vorteil wenn man Maus und Tastatur spielt es ist reining man es ist reining man halluja es ist reining man bist du auch da? ja sehr schön ich geh jetzt hoch in die lava äh zu der lava ja ne der foole war hier an der stelle hm gesund warte mal warte mal was will denn er hier auch 10 die 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 hin aber Vielen Dank.